Volgas liegt im Norden von Deutschland, kurz vor der Urlaubsinsel Usedom. Volgas besitzt fünf Kirchen und eine davon ist diese, die St. Petri Kirche. 1920 wurde die Kirche durch einen Blitzschlag in Brand gesetzt. Das Gebäude bzw. die Innenausstattung wurde weitestgehend zerstört. Bereits im Jahr 1713 brannte die Kirche erstmals. Seit dem Wiederaufbau nach den beiden Bränden prägen zum Teil jetzt noch barocke Stilelemente das aschektonische Bild der Kirche. Nach dem letzten Brand 1920 wurde der zerstörte Turmhelm durch ein Notflachdach ersetzt. Die derzeit genutzte Orgel wurde 1988 von einer Orgelbaufirma aus Frankfurt an der Rotor neu eingebaut. Von dem Kirchturm hat man einen guten Blick über ganz Volgas und einen Teil der Insel Usedom. Diese ist durch den Peenestrom getrennt. Dennoch verbindet eine Klappbrücke Volgas und die Urlaubsinsel. Die Peenebrücke ist eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke. 1945 wurde die alte Brücke durch die Wehrmacht gesprengt. Fünf Jahre später wurden die gestürzten Brückenteile gebogen und das Fundament wiederhergestellt. Von 1994 bis 1996 wurde die neue Brücke direkt neben der alten Brücke errichtet. Die neue Brücke ist 247 Meter lang. Stau ist in Volgas ein großes Problem. An den An- und Abreisetagen ist in der Stadt kein Durchkommen mehr. Dabei ist es auch unter anderem wichtig, auf die Brückenzüge der Peenebrücke zu achten. Diese wären 5.45 Uhr, 7.45 Uhr, 12.45 Uhr, 16.45 Uhr sowie 20.45 Uhr. Beeindruckend ist es auch, den Brückenzug von der Brücke aus zu betrachten oder auch von Land auf einer der Bänken, die an der Peene stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Naturerlebniswelt in Heringsdorf gibt es spannende Einblicke in die Natur und in die Unterwasserwelt. Viele Fische aus anderen Wasserregionen kann man hier sich ansehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weiter geht es dann in der Naturerlebniswelt durch die Amethystenhöhle, die aus über 5000 Kinderhahn großen Kristallen besteht und ein Gesamtgewicht von 6,5 Tonnen haben. Vier Monate wurde daran gearbeitet, die ca. 40 Quadratmeter große Kristallhöhle zusammenzusetzen. In der Naturerlebniswelt findet man die größte Edelsteindruse aus Amethyst mit einem Gewicht von 5 Tonnen. Diese Druse kommt aus Brasilien. Der Rosenquarz kommt aus Madagaskar und hat ein Gewicht von ca. 2 Tonnen. Wie der Name schon sagt, besteht der Rosenquarz aus Quarz. Viele Mineralien sind unter anderem auch in der Naturerlebniswelt ausgestellt. Diese kann man auch untersuchen. Lupen liegen dafür auch schon bereit. Musik 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 Die Pene Werft in Wolgast wurde am 20. Juni 1948 gegründet. Im August 2012 meldete dann die Werft Insolvenz an und darauf kaufte 2013 die Lörsengruppe aus Bremen die Werft. Nachdem einige Aufträge eingegangen sind, wurde Anfang September 2013 auf dem Gelände der Werft ein neues Brennschneidezentrum in Betrieb genommen. Nach letzten Angaben bestände Hoffnung auf einen Auftrag zum Bau von Polizeibooten für Saudi-Arabien. Die Usedomer Bederbahn, kurz UBB, ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Passagiere und Gäste, die auf die Insel Usedom möchten oder einfach mal das Auto stehen lassen wollen, können mit der UBB über die Insel fahren. Aber nicht nur das. Die UBB fährt auch über Wolgast nach Züssow bis nach Straßund. In Züssow gibt es Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr. Nähere Infos finden Sie unter www.ubb.de Insgesamt muss man sagen, es ist eine wunderschöne Urlaubsregion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017